Offiziell präsentiert von IWA Outdoor Classics und unseren Partnern Beretta, Steiner, VFG Weapon Care und die Lead-Free-Hunting-Bullets von RWS. Hey zusammen, ich bin der Ferdi und heute für Low Ready Magazine, dem Community-Magazin für Modern Gun Culture Made in Europe auf der IWA 2024 unterwegs. Jetzt bin ich bei Holosun, beim Andi. Hi Andi! Hi Ferdi! Erstmal danke für deine Zeit. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich bin mal ein bisschen rumgelaufen hier und habe mir gedacht, wie läuft die Messe? Super, mega, viele Leute, viele sind interessiert, wir haben viele neue Produkte dabei. Wenn du magst, stelle ich dir gerne eins vor. Na, dafür bin ich hier. Super, also. Wir haben hier unser neues Holosun SCS Carry. Wie ihr aus der Vergangenheit schon kennt, wir haben ja die SCS-Serie aufgelegt, Solar Charging Site. Das heißt, wir haben eine Solarzelle, die einen integrierten Akku lädt und ich habe eine Batterielaufzeit von 20.000 Stunden. Jetzt haben wir das neue Produkt. Das Carry-Produkt kommt natürlich aus den Staaten, weil viel IWB, also Inside Waste Belt Carry getragen wird. Wir haben hier einen Closed Emeter. Das heißt, ich bin geschützt vor Wasser, vor Dreck, vor Staub. Ich habe umschaltbare Absehen, wie bei allen Modellen, einen 2-Moha-Punkt mit einem 32-Moha-Kreis. Ich habe einen Manual Override, gerade für die Law Enforcement Schiene. Wenn ich die Waffe ziehe und ich habe den Punkt nicht, drücke ich ganz kurz drauf und habe für 30 Minuten ein helles Absehen, also ein überleuchtetes Absehen. Genau. Wir haben unseren bewährten Car Footprint. Ja, eigentlich eine richtig geile Sache für IWB-Geschichten. Ich habe selbst eins, also das habe ich noch nicht, aber ich habe das SCS und ich bin super zufrieden damit. Ich bin echt gespannt, wie sich das hier schlägt. Werde ich mir wahrscheinlich dann auch besorgen. Ja, gerade wenn du Jäger bist oder deine Waffe irgendwo im Revier tragen musst, bist du halt geschützt vor Dreck, hast eine kleine Optik, die wenig aufbaut und bist immer ready to go. Okay, und für die Leute und auch für mich, die es jetzt interessiert, wo kriege ich das Ganze? Du kriegst das Ganze bei uns auf der Website polosan.eu. Hier könnt ihr direkt bestellen oder ihr kommt in Koblenz vorbei, aber wir haben leider keinen Shop in Koblenz. Wir sind halt nur located in Koblenz. Alles klar. Also, ihr habt es gehört. Schaut gerne mal auf die Website. Wir verlinken es auf jeden Fall unter dem Video. Und für die, die das Ganze noch interessiert, lowreadymagazine.com könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da haben wir noch viel mehr darüber. Und beim Beitrag von Moritz könnt ihr gerne mal durchlesen. Ihr könnt nämlich auch daran teilhaben an der ganzen Community. Also schaut mal vorbei. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke für deine Zeit. Danke dir.